Mittwoch, 25.03. Am Morgen ging das Sahnestück. Sie fragte, ob wir uns noch mal treffen und ein bisschen reden könnten. Ich war den ganzen Tag damit beschäftigt, die Wände zu schrubben und zu kotzen. Zwischendurch ging ein Teil von mir Glimmstängel kaufen. Am Abend kaufte ich bei einem Dealer zwei Liter Sprit. Ich nahm einen Probeschluck aus der einen Flasche. Das Gesöff hatte einen leichten Beigeschmack von Petroleum, aber der Verkäufer behauptete, der Stoff wäre sauber. Also erstand ich die zwei Flaschen und fing an zu trinken. Donnerstag, 26.03. Keine Erinnerung. Freitag, 27.03. Keine Erinnerung. Samstag, 28.03. Ich zittere und habe Angst. Unter dem Kram, den mein Alter mir in einer Kiste hinterlassen hat, habe ich irgendeine Pille gefunden. Die werfe ich mir jetzt ein. Das Fahrtenmesser halte ich die ganze Zeit in der Hand. Sonntag, 29.03. Keine Erinnerung. Montag, 30.03. Keine Erinnerung. Dienstag, 31.03. Aus dem Zustand meiner Matratze schloss ich, dass ich mindestens zwei Tage lang nicht mal aufgestanden war, um aufs Klo zu gehen. Ich fühlte mich seltsam. Irgendwie unwirklich. Erstmal kippte ich sämtliche Pillen in die Schüssel. Mir war zum Kotzen und zum Heulen. Also heulte und kotzte ich. Danach ging es mir besser. Dann klingelte ich nebenan und fragte, welcher Tag heute wäre. Die Nachbarin sagte, der letzte. Ich schämte mich, aber ich musste sie fragen, in welchem Monat. Zum Glück war sie so nett, es mir zu sagen. Plötzlich ging mir auf, dass heute mein Geburtstag war. Das erzählte ich gleich der Nachbarin. Sie umarmte mich und wollte wissen, wie alt ich würde. Es war mir zu peinlich, zu fragen, welches Jahr wir haben. Also behauptete ich, ich würde 31. Meine Nachbarin sagte, das sei kaum zu glauben. Ich nahm es als Kompliment. Der Mann meiner Nachbarin besaß ein Moped und ich fragte, ob ich es mir borgen könnte, um zum Alkoholaden zu fahren. Weil ich Geburtstag hatte, lieh mir der Alte sein Opermoped samt Helm. Von irgendwelchen Gängen hatte der Alte nichts gesagt. Daher nahm ich an, dass das Moped Automatik hatte. Es fuhr auch fast 60, obwohl ich nicht schaltete. Ich kaufte sechs Flaschen Klaren und hängte die Tüte an den Lenker. Der Motor lief so heiß, dass er mir das eine Hosenbein verkurkelte. Ich beschloss, die Abkürzung durch das Gebiet mit den Einfamilienhäusern zu nehmen. Irgendwie rutschte mir die Hand vom Gashebel und da stellte sich heraus, dass das Moped noch einen zweiten Gang besaß. Jetzt begriff ich, was der Nachbar, der früher Automechaniker gewesen war, in seinem Keller getüftelt hatte. Der Schwachkopf hatte sein Moped getunt. Im zweiten Gang fuhr es fast 120. Ich brauste bei Rot über die Kreuzung, vorläufig ohne Zusammenstoß. Als ich in voller Fahrt auf eine zwei Meter hohe, dichte Weißdornhecke zuraste, bekam ich es mit der Angst zu tun, zumal ich plötzlich merkte, dass der Helm von dem Opa kein Visier mehr hatte. Der Abflug durch die Hecke tat eigentlich nicht weh. Erst auf dem Betonboden im leeren Swimmingpool, im Garten, hatte ich auf einmal überall höllische Schmerzen. Leicht irritiert schraubte ich eine der heilgebliebenen und im Pfadwind gekühlten Schnapsflaschen auf. Ich merkte, dass die einzige Stelle, die nicht schmerzte, der Hals war. Von innen. Aber dann wurde es trotzdem richtig unangenehm, weil der eiskalte Schnaps mir die Kehle verbrannte. Ich ließ die Rakete des Nachbarn im Schwimmbecken liegen, kletterte raus und ging nach Hause. Allmählich ließ der Schmerz nach. Ich beschloss, morgen festzustellen, welches Jahr wir haben und dem Nachbarn seinen Helm zurückzubringen. Und wenn ich es schaffte, würde ich danach noch zu den Bullen gehen und den Idioten mit seinem frisierten Moped anzeigen. und den